Einen wunderschönen guten Tag Leute, ich weiß, ich hasse Infovideos genauso wie alle anderen, ich weiß, ich sie sinnlos finde, aber ich will euch nur ganz kurz sagen, innächst kommen nicht so viele Videos, weil ich, äh, in real life, ja, wie soll ich sagen, Probleme habe, in verschiedenen Situationen, äh, es sind, äh, ein paar Leute gestorben, die mir, äh, sehr am Herzen lagen und daher, ich bitte, ich bitte um euer Verständnis, dass nicht so oft Videos kommen, weil ich nicht so viel Lust habe aufzunehmen, ich bin immer ein Smart Online, aber aufnehmen, da würde ich gerne eine gute Laune bei haben, so ein bisschen, weißt, wisst ihr, daher nicht so viele Videos momentan, aber ihr könnt auf jeden Fall, jede Woche auf jeden Fall auf ein Video rechnen, das ist kein Ding, aber, ja, naja, ich hab, ich hab auch keine, der mir gute Laune macht von allen, ja, ich, ich bin die ganze Zeit alleine in Smart, keiner ist da, beziehungsweise keiner redet mir über meine Sachen oder hilft mir, aber auch keiner versucht es, naja, ich bleib einfach alleine, aber um zu versuchen, mir klar zu kommen, naja, nicht so viel Smart, ja, ich hab auch keine Freunde, die mir jetzt helfen wollen, also können und tun wollen, weißt du, das Wollen reicht ja, aber keiner tut es, das Wollen ist etwas, zumindest gute Laune, nein, immer alles machen, da feiere ich sich auf und dann wollen, dass ich ruhig bleibe, ja, ich, ich, ich meine, ich tue alles für alle und für mich tut man nichts, ne, ich meine, ich bin ein guter Mensch, aber gute Menschen haben das nicht verdient, was ich momentan erlebe, bis da, also, ich, ich würde euer Verständnis dafür haben und auch wenn ich es nicht habe, dann tut es mir leid, ich, ich mache trotzdem jetzt nicht täglich Videos, ähm, bis dann.